Hallo ihr Lieben, ja, wie ihr seht, sitze ich im wahrsten Sinne des Wortes ungeschminkt und ungestylt vor der Kamera. Das soll auch heute kein Video in dem Sinne werden, denn ich habe euch nur eine Kleinigkeit mitzuteilen. Und was das sein wird, das erfahrt ihr gleich. Ja, vor ein paar Wochen habe ich euch eine Adventsserie hier versprochen. Und wie ihr bestimmt schon festgestellt habt, sind keine Videos mehr gekommen. Das hat einen ganz besonderen Grund. Ich wollte Videos drehen, aber wir haben in der Familie einen sehr schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Ganz unverhofft ist Ende November meine Mama verstorben. Und ich habe keine Nerven im Moment und auch keine Geduld und auch keine Freude daran, die Kamera laufen zu lassen. Und deshalb hoffe ich da auf euer Verständnis. Ich werde mir jetzt bis zum Jahresende hier auf dem Kanal ein bisschen Ruhe gönnen. Das heißt, ich werde im Dezember die Kamera nicht weiter laufen lassen. Ich möchte im neuen Jahr wieder damit anfangen. Dann hat sich das Ganze schon ein bisschen gesetzt und ich habe das vielleicht dann auch verkraftet. Denn jetzt funktioniere ich nur. Ich funktioniere für meinen Mann, für meine Kinder, für meinen Papa und für meine Schwester. Ja, das Leben läuft eigentlich mehr an mir vorbei, als dass ich mit dem Leben mitlebe. Und wir müssen uns alle erst neu finden und da finde ich es auch meiner Meinung nach unpassend, Videos zu drehen. Das passt nicht zu mir und auch zu der ganzen Situation im Augenblick nicht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im neuen Jahr dann wiedersehen. Und da möchte ich auf alle Fälle weitermachen. Aber für den Rest des Jahres möchte ich jetzt einfach nur das Ganze auf irgendeine Art und Weise versuchen zu verarbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im Januar bei neuen Videos quasi wiedersehen. Macht's gut bis dahin und bis ganz bald. Denn wir wissen ja, die Monate, die rennen nur so ins Land und ganz schnell ist alles vorbei. Und wir versuchen jetzt einfach nur Weihnachten und Silvester gut zu überstehen. An dieser Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Eine schöne Weihnachtszeit und kommt mir ganz gut ins neue Jahr. Und im Januar sehen wir uns dann wieder. Tschüss!